Marco, im Pokalspiel musstest du ausgewechselt werden. Was ist da passiert und wie geht es dir? Ja, ich bin eigentlich direkt nach drei oder vier Minuten, habe ich einen Tritt bekommen und bin dann mit meinem linken Knirschel umgeknickt. Ich habe mich dann so ein bisschen durch die Halbzeit geschleppt und dann aber, als ich in der Pause in der Kabine war und ein bisschen Ruhe auf das Sprunggelenk gekommen ist, habe ich dann eigentlich gemerkt, dass es nicht mehr so gut geht und dann habe ich lieber gesagt, dass ich dann einen frischen Spieler reinhaben will. Und es gibt ja noch ein paar Aufgaben. Wie sieht die Situation aus jetzt am Tag danach? Geht es dir wieder besser? Gibt es eine Prognose der Ärzte? Ja, es geht etwas besser. Ich war im Krankenhaus, habe Kernspilltomographie und Röntgenaufnahmen machen lassen. Und es ist Gott sei Dank nichts kaputt oder gerissen, sondern eine schwere Sehnenprellung. Aber ich hoffe, dass ich morgen wieder ins Training einsteigen kann. Sehnenprellung, habe ich auch noch nicht gehört. Immer wieder was Neues, ne? So, es geht aber gleich weiter, nämlich gegen Hoffenheim. Wie siehst du die Aufgabe? Ja, ich meine, wir haben jetzt in den letzten Spielen immer drei Punkte geholt und wollen das natürlich jetzt auch in Hoffenheim machen. Und die Schwere der Aufgabe, die haben zuletzt beim 0-3 in Mainz nicht gut ausgesehen, haben richtig was vom Koffer bekommen, von der sportlichen Leitung. Ich schätze mal, das könnte die Konzentration erhöht haben bei den Hoffenheimern, oder? Ja, das ist durchaus so. Vor allen Dingen, weil wir als größerer Gegner oder vermeintlich stärkerer Gegner nach Hoffenheim kommen, ist es vielleicht eine bessere Ausgangssituation vor dem Spiel für Hoffenheim. Aber ich denke, dass wir die Qualität haben, da zu gewinnen. Und ja, das wollen wir da noch zeigen. Das ist ja in einer beeindruckenden Konstanz zuletzt geschehen. Ist da irgendwas passiert? Oder war es die Lehre aus Düsseldorf, Montpellier vielleicht zusammen, die euch so konstant hat werden lassen? Ja, ein großartiges Erlebnis war da nicht. Großartig passiert ist da nicht. Aber ich denke, der Trainer und die Mannschaft, wir betonen immer wieder, dass wir in einer Entwicklungsphase sind und Schritte machen wollen nach vorne. Und ich glaube, das war jetzt der nächste Schritt, dass wir Konstanz in unsere Leistung bringen. Und ja, in den letzten Spielen klappt das hervorragend. Ich habe bei der Beurteilung deiner Leistung in der Zeitung heute gelesen, der Derbyheld war angeschlagen. Nicht das schlechteste Etikett, ne? Ne, das stimmt. Das freut mich natürlich, dass ich da das Siegtor machen durfte und dass ich jetzt als Derbyheld hier betitelt werde. Ist natürlich eine super Sache. Dann viel Glück in den kommenden Aufgaben und Gesundheit. Danke.